Im Star Wars Universum ist der Todesstern die ultimative Massenvernichtungswaffe, die ganze Planeten auslöschen kann. In unserem Universum wimmelt es nur so von Todessternen. Sie sind eine Art Zeitbombe. Einige sind unserem Planeten gefährlich nahe. Die Erde könnte großen Schaden nehmen, wenn uns die Strahlung erreicht. Und ein Stern hat die Erde im Fadenkreuz. Überwältigend. Ich konnte es anfangs gar nicht glauben. Diese Todessterne machen das Universum zu einem sehr gefährlichen Ort. Tausende Lichtjahre von der Erde entfernt steht ein gigantischer Stern kurz vor seiner Selbstzerstörung. Im Universum explodieren täglich Sterne. Dieser ist jedoch anders. Er lauert im Sternbild des Schützen, dem südlichsten Tierkreiszeichen. Der Stern heißt WR-104. Mit seiner zerstörerischen Strahlung könnte er unseren verwundbaren blauen Planeten treffen. Und dabei die Schützen der Ozonschicht vernichten. Dies hätte einen drastischen Klimawandel, das Aussterben vieler Pflanzen und Tierarten und vielleicht das Ende der Menschheit zur Folge. WR-104 ist nur einer von Millionen Todessternen im Universum. Diese gewaltigen Himmelskörper sind alternde Riesen, die sich durch eine Explosion selbst vernichten. An diesem Punkt wird der Stern nicht mehr von seiner äußeren Hülle zusammengehalten, weshalb er plötzlich kollabiert. Ihr letzter Atemzug kann die in unserem Universum größte bekannte Explosion verursachen. Einen Gamma-Strahlenblitz. Der weit mehr Energie freisetzt, als unsere Sonne in ihrem Bestehen von mehr als 10 Milliarden Jahren. Falls die Erde in der Schusslinie läge, könnte dies tödliche Folgen haben. Dieses Szenario könnte sich beim Todesstern WR-104 ereignen. In der Star Wars-Reihe ist der Todesstern die ultimative Waffe der dunklen Seite. Das ist pure Fiktion. Die Realität ist jedoch viel schlimmer. In Wahrheit ist ein Todesstern ein explodierender Stern, der Planeten in seiner Umgebung durch tödliche Strahlung zerstört. Ein wahrer Todesstern. WR-104 ist ein sogenannter Wolf-Rayet-Stern. Es sind die größten Sterne des Universums. Gigantische Riesen, die 30 Mal größer als unsere Sonne sind und die Erde bedrohen. Sie wurden 1867 von den französischen Astronomen Charles Wolf und Georges Rayet entdeckt und sind die schwarzen Schafe des Universums. Sterne leben nach dem Credo, lebe kurz, stirb jung. Und zwar mit einem grandiosen Abgang. Je größer sie sind, desto kürzer existieren sie. Und je kürzer sie existieren, desto gewaltiger ist ihr Ende. Sie verbrennen ihren nuklearen Brennstoff sehr schnell. Ihre Lebensdauer ist also relativ kurz, maximal einige zehn Millionen Jahre. Man kann sie sehr leicht finden, weil sie die Giganten des Sternensystems sind. Im Jahr 2000 beginnt der australische Astronom Peter Tuthill mit der Untersuchung des Wolf-Rayet-104, der ca. 8000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Dieser Riese unterscheidet sich von all den anderen Sternen. Tuthills Team bemerkte sofort eine immense Staubwolke um den Stern, die 20 Mal größer als unser ganzes Sonnensystem ist. Wir fragten uns, warum Wolf-Rayet-104 von Staub umgeben war. Es ist fast so, als würde man eine Schneeflocke in der Hölle finden. Diesem Rätsel wollten wir auf den Grund gehen. Über sechs Jahre hinweg erstellte Tuthill mithilfe einer Infrarotkamera aus vielen Einzelaufnahmen ein Gesamtbild. Bald zeigte sich ein außergewöhnliches Phänomen. Die Staubwolke des WR-104 hatte eine Spiralstruktur. Es war erstaunlich. Ich glaubte immer, dass Sterne nicht spiralenförmig aussehen. Wir wollten natürlich umgehend herausfinden, wie solch ein eleganter Schweif bei einem Stern entstehen kann. Tuthill fand heraus, dass die Ursache für die rätselhafte Staubspirale darin liegt, dass WR-104 nicht allein ist. Er bildet zusammen mit einem kleineren Begleiter ein sogenanntes Doppelsternsystem. Beide Sterne stoßen Unmengen geladener Partikel aus, die man Sternwinde nennt. Diese Winde sind im Universum nichts Ungewöhnliches. Unsere Sonne erzeugt auch einen Sonnenwind, der sich über die äußeren Planeten unseres Sonnensystems hinaus erstreckt. Der Unterschied zu einem Doppelsternsystem ist, dass bei der Kollision der Sternwinde Gase zu Staub und Ruß komprimiert werden. Wieso aber bildet der Staub eine so außergewöhnliche Spirale? Mit einem Rasensprenger kann man wunderbar nachstellen, was bei der Kollision der Windsysteme passiert. Wir haben den Sprenger so modifiziert, dass er nur einen Strahl abgibt. Der einzelne Wasserstrahl stellt den konstanten Fluss von Staubpartikeln infolge der kollidierenden Sternwinde dar. Da sich die Sterne des WR-104-Systems aber in konstanter Umlaufbahn umeinander befinden, kommt noch eine Kreisbewegung zum Staubstrom hinzu. Man denkt zuerst, dass sich das Wasser im Kreis bewegt. Der Wasserstrahl kommt jedoch in einer geraden Linie heraus. Obwohl die Tropfen von der Mitte gerade weggehen, beschreiben sie einen Bogen, der aufgrund der Rotation zu einer Spirale wird. Die Spirale warf noch weitere Fragen auf. Würde der WR-104 zum Todesstern werden? Wolf-Ray-Sterne sind wie Zeitbomben, da sie riesig und relativ kurzlebig sind. Sobald sie all ihren nuklearen Brennstoff verbrannt haben, halten sie der unnachgiebigen Schwerkraft nicht mehr stand. An diesem Punkt kollabiert der Kern des Sterns und die äußeren Schichten fallen in sich zusammen, worauf eine gewaltige Explosion folgt. Die Explosion erzeugt eine Supernova, ein Aufleuchten, das für einen kurzen Moment eine ganze Galaxie erhält. Wolf-Ray-104 wird irgendwann in den nächsten 100.000 Jahren eine Supernova verursachen. Die Explosion in 8000 Lichtjahren Entfernung stellt für die Erde keine Gefahr dar. Es ist jedoch möglich, dass die Supernova die gewaltigste Urkraft des Universums auslöst. Einen Gammastrahlenblitz. Gammastrahlenblitze entstehen dann, wenn sich ein sterbender Stern in ein schwarzes Loch verwandelt. Wenn ein Stern kollabiert, entsteht ein massives elektrisches Feld. Die Energie dieses Feldes wird sofort in Materie- und Antimateriepartikel umgewandelt. Wenn diese aufeinandertreffen, wird extrem viel Energie freigesetzt. Sie sind die stärksten Energiestrahlen des elektromagnetischen Spektrums. Tödliche als Mikrowellen, Infrarotstrahlung und sogar als Röntgenstrahlen. Der Mensch hat gelernt, die tödlichen Gammastrahlen zu nutzen. Zum Beispiel für die Lebensmittelbestrahlung. Durch Gammastrahlen können bei der Lebensmittelverarbeitung Mikroorganismen, Bakterien, Viren und Insekten abgetötet werden. Die Strahlung ist jedoch im Vergleich zu einem Gammastrahlenblitz minimal. Gammastrahlenblitze erzeugen unglaublich viel Strahlung. Auf der Erde würden sie der Zündung mehrerer Atombomben entsprechen. Dies würde verheerende Folgen für das Leben auf der Erde haben. Für die Menschheit ist es entscheidend, ob die Erde in der Schusslinie der Gammastrahlen liegt. Beim Zusammenbruch wird der Stern zu einer dichten, flachen Scheibe, wobei die Rotationspole die einzigen Öffnungen sind, die frei von dichter Sternenmaterie sind. Die Bereiche um die beiden Pole sind nicht sehr verdichtet, weshalb an diesen Stellen Materie austreten kann. Der Widerstand ist dort relativ gering. Mit diesem Joghurtbecher kann man gut demonstrieren, was bei einem Gammastrahlenblitz passiert. Ich lasse den Becher fallen, wobei seitlich nichts austreten kann. Oben ist der Becher aber offen, weshalb Joghurt nach oben spritzen wird. Sehen Sie es sich an. Der Joghurt spritzte gerade nach oben. Seitlich konnte er wegen des Plastiks nicht austreten. So ist auch der Ablauf bei einem Gammastrahlenblitz. Doch in welche Richtung werden die Gammastrahlen gehen? Falls die Achse des kollabierenden Sterns in unsere Richtung deutet, könnte dies katastrophal enden. Als Peter Tattels Team die Bahnebene des Staubschweiß von WR104 untersuchte, machten sie eine erschreckende Entdeckung. Die Spirale war der Schlüssel. Auf den ersten Blick sah das System wie eine Ebene aus. Wir schauten direkt an der Achse entlang ins Zentrum. Es ist, als würde man auf einen Teller schauen. Sobald man den Teller aber leicht kippt, ist es keine kreisrunde Fläche mehr. Weitere Untersuchungen lassen vermuten, dass die Rotationsachse des Staubschweifes mit der des Wolf-Rayet-Sterns übereinzustimmen scheint. Dies bedeutet, dass der Gewehrlauf direkt auf die Erde gerichtet ist. Falls dieser Stern bei seiner Explosion also einen Gammastrahlenblitz imitieren sollte, deutet ein Pol genau auf uns. Die faszinierende Spirale von Wolf-Rayet-104 zeigt plötzlich ihre gefährliche Seite. Ungefähr 8000 Lichtjahre von der Erde entfernt, bewegen sich zwei Sterne nebeneinander durch das Universum. Ihre Sternwinde sorgen für eine gewaltige spiralenförmige Staubwolke. Das ist allerdings noch nicht alles. Der größere der beiden, Wolf-Rayet-104, ist ein riesiger Todesstern, der kurz vor einer Explosion als Supernova steht. Doch wird auch ein Gammastrahlenblitz folgen, bei dem unglaublich viel Energie freigesetzt wird? Diese Frage beunruhigt die Menschheit. Bei einer Explosion wären wir direkt in der Schusslinie der Gammastrahlen. Der Countdown für die Zerstörung von WR-104 im Sternbild Schütze läuft. Das Sternbild erhielt seinen Namen vor mehr als 2000 Jahren von römischen Astrologen. Man muss sich fragen, ob die Gelehrten damals vielleicht schon etwas ahnden. Zielt der Schütze auf uns? WR-104 zielt tatsächlich auf uns, falls es zu einem Gammastrahlenblitz kommt. In der Astronomie ist es unumstritten, dass gebündelte Gammastrahlen im Weltraum weite Wege zurücklegen können. Am 23. April 2009 zeichnet der die Erde umkreisende Forschungssatellit SWIFT einen Gammastrahlenblitz auf, der 13 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt, am Rande des sichtbaren Universums seinen Ursprung hatte. Der Blitz ereignete sich nur 640 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das bedeutet, dass Gammastrahlen von einem explodierenden Stern 13 Milliarden Lichtjahre zurückgelegt haben, bevor wir sie sehen konnten. Folglich stammt dieser Gammastrahlenblitz vom ältesten Objekt im uns bekannten Universum. Wir kennen keinen anderen Stern oder eine Galaxie, die weiter entfernt sind als dieser Gammastrahlenblitz. Bei einem Abstand von nur 8000 Lichtjahren könnte ein Gammablitz des Wolf-Rayet 104 fatale Folgen haben. Der Lichtblitz, den wir bei der Explosion von WR-104 sehen würden, wäre wegen der Gammastrahlen viel heller als die Sonne. Ein einziger Gammastrahlenblitz übertrifft problemlos die Lichtintensität von Millionen Galaxien. In jeder dieser Galaxien gibt es dabei 100 Milliarden Sterne. Der Todesstern ist eine tickende Zeitbombe. Die Wissenschaftler sind sich sicher, dass es zu einer Supernova kommen wird. Nun bleibt noch die Frage, ob ein Gammastrahlenblitz die Erde bedrohen wird. Das müssen wir zuallererst herausfinden. Falls es einen Gammastrahlenblitz gibt, geht er in unsere Richtung? Die Spiralenachse des Sterns deutet direkt auf die Erde. Würde der Gammastrahlenblitz nach einer so langen Reise aber tatsächlich auch sein Ziel erreichen? Würde der Schütze ins Schwarze treffen? Wir wissen, dass die Achse ungefähr auf uns gerichtet ist. Es könnte aber auch sein, dass uns ein möglicher Gammastrahlenblitz verfehlen würde. Im schlimmsten Fall könnte ein mächtiger Energiestrahl jedoch die Ozonschicht der Erde in ein radioaktives Inferno verwandeln. Sogar ein derart weit entfernter Gammastrahl könnte die Ozonschicht zur Hälfte zerstören. Dadurch würden nicht alle Arten verschwinden, aber es könnte zu einem Massenaussterben kommen, bei dem viele Spezies plötzlich verenden würden. Die brennende Frage ist also, ob das Ende von WR104 einen Gammastrahlenblitz auslösen wird. Die Wissenschaftler wissen es einfach nicht. Eine Grundvoraussetzung, dass ein tödlicher Gammastrahlenblitz entsteht, ist eine hochfrequente Rotation. Alle Sterne drehen sich um ihre Achse. Einige massive Sterne tun dies sehr schnell. Die Rotationsenergie ist eine Voraussetzung für einen Gammastrahlenblitz. Wenn man die Bremse ziehen und die Rotation des Sterns verlangsamen könnte, dann würde man die Bombe entschärfen. Die Wissenschaft hat bereits bewiesen, dass das Universum selbst die Sterne zu bremsen scheint. Dieses Phänomen wird Metallizität genannt. Sterne bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Bei der Explosion von Sternen entstehen jedoch stets aufs Neue, schwerere und komplexere Elemente, wie zum Beispiel Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff, welche anschließend die Basis für die nächste Generation von Sternen darstellen. Ein Stern, der heute entsteht, hat also schwerere Elemente, das heißt eine höhere Metallizität als einer, der vor langer Zeit entstand. Wenn ein massiver Stern aus vielen schweren Elementen besteht, verliert er aufgrund von Winden auch viel Masse. Daraus folgt eine langsamere Rotation, die für einen Gammastrahlenblitz nicht ausreicht. Irgendetwas da oben entschärft also die Wolf-Rayet-Sterne. Sie explodieren zwar immer noch als Supernovae, aber nur eine geringe Anzahl nimmt die Hürde zu einem Gammastrahlenblitz. Wird WR-104 so stark abgebremst, dass er der Erde nichts mehr anhaben kann? Viele Astronomen bestätigen diese Theorie. Was aber, wenn sie falsch liegen? Befindet sich die Erde in 8000 Lichtjahren Entfernung wirklich in der Gefahrenzone? Wenn der Todesstern WR-104 explodiert, kann er einen tödlichen Gammastrahl direkt auf die Erde richten. Man weiß, dass der Stern ungefähr 8000 Lichtjahre von uns entfernt ist. Kann ein Gammastrahlenblitz aus dieser Entfernung unserem Planeten schaden? Wir befinden uns definitiv in der Gefahrenzone. Die Erde könnte großen Schaden nehmen, wenn uns die Strahlung erreicht. Wenn der Abstand zwei- oder dreimal so groß wäre, wären wir wohl in Sicherheit. Umgekehrt wäre alles zu spät. Es könnte etwas passieren, wohl aber nichts Gravierendes. Es gibt vielleicht einmal in einer Milliarde Jahren einen Gammastrahlenblitz, der uns Sorgen bereitet. Todessterne verschiedener Größen sind überall im Universum verteilt. Nicht nur Sterne haben jedoch eine immense Zerstörungskraft. Auch tödliche Galaxien, wie die sogenannte Todesstern-Galaxie 3C321, haben einen Platz im Universum. 3C321 ist eine Galaxie mit einem riesigen schwarzen Loch in der Mitte, deren Masse die unserer Sonne um ein Millionenfaches übersteigt. Direkt am Rand des schwarzen Lochs liegt inmitten eines Chaos aus magnetischen Feldern und Schwerkraft der Ursprung eines hochenergetischen Partikeljets. Derartige Jets sind nichts Ungewöhnliches, aber dieser schießt direkt auf seinen Nachbarn. Der Fall 3C321 ist sehr interessant, weil sich nur 20.000 Lichtjahre entfernt eine weitere Galaxie befindet. Die Sterne dieser Galaxie werden durch energetische Partikel und die Strahlung des Jets zerstört. Der Röntgenastronom Dan Evans hat die Todesstern-Galaxie und ihr brutales Verhalten mithilfe des Röntgen-Teleskops Chandra beobachtet, das außerhalb von Boston steht. Wir sehen, dass schwarze Löcher komische Dinge tun, aber nur wenige imitieren diese gewaltigen Partikeljets. Und eine noch kleinere Zahl wie die Todesstern-Galaxie 3C321 beschießt Nachbargalaxien. Das ist äußerst selten. Die Nachbargalaxie befindet sich in 20.000 Lichtjahren Entfernung. Der starke Energiestrahl, der sogar den Gammastrahlenblitz eines sterbenden Sterns übertrifft, feuert ununterbrochen mit scheinbar endlosen Energiereserven. Wir versuchen hier nachzustellen, was die Todesstern-Galaxie 3C321 macht. Ein Jet schießt mit Lichtgeschwindigkeit aus dem schwarzen Loch und würde wohl auch seinen Weg fortsetzen, wenn da nicht die Nachbargalaxie wäre, in die der Jet einschlägt. Der Jet wird dadurch also gestört und ungelenkt, was in der Nachbargalaxie enormen Schaden anrichtet. Genauso wie das Wasser vom Gebäude zurückprallt, werfen auch die Planeten und Sterne der angegriffenen Galaxie den Großteil der Partikel zurück. Dieser Jet ist ein massiver Energie- und Partikelstrahl, wobei die Partikel durch die starke Erhitzung Plasma bilden. Plasma ist eine Mischung aus Elektronen und Ionen, die durch das starke magnetische Feld des schwarzen Lochs in den Jet gezogen werden. Jets aus schwarzen Löchern sind unglaublich energiereich und können Partikel so stark beschleunigen, dass sie Licht ausstrahlen, vielleicht sogar Gammastrahlen. Und sie sind sehr langlebig. Einigen Schätzungen zufolge ist der Energie-Jet der Todesstern-Galaxie schon seit fast zwei Millionen Jahren aktiv. Für ihren Brennstoff hat 3C321 eine ganze Galaxie verschlungen. Sie hat sehr viel Brennstoff. Wir vermuten, dass vor langer Zeit einmal eine Galaxie in die Hauptgalaxie gefallen ist. Wir sehen diesen schönen Staubschweif, der darauf hindeutet, dass die Galaxie bereits gestreift worden ist und deshalb in das schwarze Loch gezogen wurde. Nach der Aufnahme der Plasma-Partikel einer anderen Galaxie muss die Todesstern-Galaxie aus den Partikeln einen Jet formen. Schwarze Löcher haben starke Magnetfelder und sehr hohe Rotationsfrequenzen. Eine Kombination, die den Partikeljet erzeugt. Wissenschaftler vermuten, dass die das schwarze Loch umkreisenden Staubpartikel und Gase dafür sorgen, dass der Jet in eine Richtung feuert. Bei aktiven Galaxien wie der 3C321 ist das schwarze Loch in der Mitte oft durch einen Ring aus Materie umgeben, wie bei diesem Donut. In diesem Fall können die hochenergetischen Partikel nicht entlang der Oberfläche der Galaxie austreten. Sie können sich nur entlang der Achse bewegen. Dort ist der Widerstand relativ gering. Die Nachbargalaxie befindet sich unglücklicherweise direkt in der Schusslinie des Jets, den man mit einer kosmischen Schrotflinte vergleichen kann. Das Problem bei diesem Jet ist, dass die extrem schnellen Strahlenpartikel, die 20.000 Lichtjahre entfernte Galaxie, auf breiter Front treffen. Falls es also Lebewesen auf den Planeten geben sollte, die wiederum Sterne in dieser Galaxie umkreisen, dann haben diese ein ernstes Problem. Was wäre, wenn unsere eigene Milchstraße unter Beschuss einer Todesstern-Galaxie stünde? Wenn die Erde in der Schussbahn des Jets läge, wären die Folgen für die Ozonschicht enorm. Und tödlich. Die Gamma-Strahlen des Jets verwandeln gasförmiges Stickstoffgas ins Stickstoffoxide, die bei der Zerstörung von Ozon als Katalysator wirken. Innerhalb von Wochen oder Monaten gäbe es die Ozonschicht nicht mehr, was furchtbar wäre. Hier können wir jedoch eines von vielen Paradoxa im Universum beobachten. Der Tod bringt neues Leben. 3C-321 ist nicht nur ein Zerstörer, sondern auch ein Lebensspender. Diese Tatsache gefällt mir an 3C-321, da sie beweist, dass schwarze Löcher nicht nur alles verschlingen und zerstören. Der Jet schießt in die Seite der Nachbargalaxie und hat natürlich eine vernichtende Kraft. Aus den Gaswolken, die dabei komprimiert werden, können jedoch Sterne entstehen. Und aus den Sternen Planeten und aus den Planeten leben. Folglich können wir bei schwarzen Löchern im Universum einen Kreislauf des Lebens beobachten. Eines Tages könnte vielleicht aus der Verbindung unserer Milchstraße mit der benachbarten Andromeda-Galaxie eine neue Todesstern-Galaxie hervorgehen. Dieses monumentale Ereignis würde das Ende der Erde bedeuten. Es steht in den Sternen, ob das jemals passieren wird. Es gibt aber auch noch andere Objekte, die durch unsere Galaxie schießen. Hyperschnellläufer, die niemand aufhalten kann. Für das menschliche Auge scheinen Sterne ruhige Himmelskörper zu sein. Wenn man aber genauer hinsieht, erkennt man auch einige wenige Todessterne, in denen es bedrohlich brodelt. Irgendwann ist der Wasserstoff im Kern eines Sterns verbrannt und es bleibt nur noch Helium. Dann wird das Helium entzündet und in schwerere Elemente wie Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff umgewandelt. Dabei wird sehr viel Energie freigesetzt. Dieser Prozess findet auch im Inneren einer Wasserstoffbombe statt. Die meisten dieser Sterne brennen irgendwann aus und werden im stellaren Jenseits zu sogenannten weißen Zwergen. Diese kleinen Kugeln aus Elektronen und Nuklei werden nie wieder hell leuchten. Einige Sterne sind aber auch so energiereich, dass sie ihr Ende in einer fantastischen Supernova-Explosion finden, die wiederum einen gewaltigen Gammastrahlenblitz nach sich ziehen kann. Für einige massive Todessterne ist das Ende gleichzeitig ein Neuanfang. Man nehme nur das zweite Leben eines Neutronensterns. Wenn ein massiver Stern in einer Supernova explodiert, dann bildet sein Kern beim Kollaps manchmal ein schwarzes Loch. Viel öfter kommt es aber vor, dass der Kern dafür nicht massiv ist. Und ein Neutronenstern entsteht. Ein kleiner, aber unglaublich dichter Himmelskörper. Auf kleinem Raum ist unglaublich viel Materie komprimiert. Die Masse unserer Sonne könnte zum Beispiel in einer Kugel mit nur einigen 10 Kilometern Durchmesser konzentriert sein. Die Schwerkraft ist so groß, dass die Protonen und Elektronen im Inneren der Atome zusammengedrückt werden, und die Neutronen und Neutronen bilden. Ein Neutronenstern kann über Milliarden Jahre hinweg stabil bleiben. Neutronensterne selbst stellen keine Gefahr für ihre Nachbarn dar. Es sei denn, sie finden einen Partner. Bei einem weiteren Todes-Szenario schmieden zwei Neutronensterne einen Selbstmordpakt. Diese werden sich umkreisende Neutronensterne genannt. Ein Phänomen, bei dem sie eine intime, aber verhängnisvolle Verbindung eingehen. Sie nähern sich über Millionen Jahre hinweg gegenseitig an, bis sie sich schließlich in einem Lichtblitz vereinigen. Dabei entsteht eine gewaltige Explosion. Und eine Art neues Leben, wenn man so will. Es gibt zwei Arten von Gammastrahlenblitzen. Die kurzen dauern weniger als zwei Sekunden. Deren Ursache ist unserer Meinung nach die Vereinigung von Neutronensternen. Die kurzen Blitze unterscheiden sich von den längeren, die beim Kollaps von Sternen entstehen. Der Gammastrahlenblitz zweier kollidierender Neutronensterne ist zwar kurz, aber folgenreich. Die freigesetzte Energie entspricht der unserer Sonne seit ihrer Existenz. Sollten wir deswegen besorgt sein? Es gibt mindestens zwei Dutzend Paare sich umkreisender Neutronensterne in unserer Milchstraße. Ein Gammastrahlenblitz aus geringer Entfernung würde fast die ganze Ozonschicht zerstören, was fatale Folgen für die Erde hätte. Einigen Schätzungen zufolge ereignet sich eine solch gewaltige Neutronensternvereinigung alle 100 Millionen Jahre im Umkreis von etwa 3000 Lichtjahren von der Sonne. Wir sprechen hier vom gleichen Intervall, in dem auf der Erde ein Massenaussterben erfolgte. Ist es Zufall oder sollten wir uns Sorgen machen, dass irgendwann unsere Ozonschicht durch tödliche Gammastrahlen zerstört wird? Die Wissenschaft hat keine Antwort darauf. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber das Szenario ist trotzdem furchteinflößend. Genauso wie die Möglichkeit, dass sich ein Hyperschnellläufer in die Erde bohrt. Es besteht die Möglichkeit, dass aus einer Ansammlung untereinander agierender Sterne einer ausbricht und davonschießt. Soweit wir wissen, nimmt keiner dieser Sterne Kurs auf die Erde. Es wäre jedoch eine interessante Vorstellung. Ein mögliches Szenario wäre, dass ein wandernder Stern die Erde aus ihrer Umlaufbahn um die Sonne stößt. Ein Horrorszenario wäre, dass die Erde durch einen Stern einfach aus unserem Sonnensystem geschossen wird. Dann würde uns die Sonne als Energiequelle fehlen. Niemand weiß genau, was passieren würde. Es hängt vom Einschlagswinkel ab, der Masse des Sterns und so weiter. Wandernde Sterne sind bis zu 348.000 Kilometer pro Stunde schnell. Das ist aber nicht schnell genug, um die Schwerkraft der Milchstraße zu überwinden. Einige stark geladene Sterne könnten jedoch tatsächlich ausbrechen und durchs Universum schießen. Man nennt sie Hyperschnellläufer. Hyperschnellläufer schießen mit mehr als zwei Millionen Kilometern pro Stunde durch die Galaxie. Dadurch können sie die Milchstraße verlassen. Der Geschwindigkeitsrausch beginnt bei zwei sich umkreisenden Sternen, die einem schwarzen Loch zu nahe kommen. Ebenso wie das Kommandomodul von Apollo 13 einen Schub erhielt, als es der Umlaufbahn des Mondes zu nahe kam. So schleudert das schwarze Loch den Hyperschnellläufer weg und trennt ihn somit von seinem Partner. Der Stern, der dem schwarzen Loch am nächsten kommt, verliert aufgrund einer sehr kleinen Umlaufbahn seine Energie. Der andere Stern hingegen nimmt Energie auf. Man kann einen Hyperschnellläufer mit dem Stein in einer Schleuder vergleichen. Sobald er die Umlaufbahn verlässt, wird er mit unglaublicher Kraft in die Tiefen des Alls geschickt. Sie haben die Milchstraße verlassen und driften nun durch die Leere des Weltraums. Es ist unwahrscheinlich, dass uns ein solcher Stern jemals trifft. Glücklicherweise werden diese superschnellen Sterne nicht in der Nähe unseres Sonnensystems sterben. Die Todessterne in unserer Umgebung dürfen wir dagegen nicht aus den Augen lassen. Bei ihrer Vernichtung säßen wir in der ersten Reihe. In den dunklen Ecken des Universums warten zahlreiche Sterne auf ihr spektakuläres Ende. Nur etwa 20 Lichtjahre von der Erde entfernt gibt es viele Sterne, für die die Zeit bald abgelaufen ist. Eine normale Supernova kann uns nichts anhaben. Ein Gammastahlenblitz aber schon. Ein sehr massereicher Stern ist Ita Carina. Er ist etwa 100 Mal größer und 100 Millionen Mal heller als die Sonne. 1843 gab es aufgrund von Überdruck eine große Eruption, deren Lichtstrahl man von der Erde aus sehen konnte. Der Stern überlebte jedoch und es entstand der Homunculus-Nebel. Bei einer Entfernung von nur 8000 Lichtjahren säßen wir bei seiner Vernichtung in der ersten Reihe. Wir vermuten, dass er sich innerhalb einer Million Jahre in ein schwarzes Loch verwandelt. Die Materie beim Kollaps ist so groß, dass ein Gammastrahlenblitz entstehen könnte. Im Gegensatz zu Wolf-Rayet 104 hat uns Ita Carina nicht im Fadenkreuz. Wir wissen, dass die Rotationsachse von Ita Carina nicht auf die Erde gerichtet ist. Folglich bleiben wir auch von Gammastrahlen verschont. Wenn es so weit ist, wird die Explosion die hellste Supernova sein, die die Menschheit je gesehen hat. Falls der Titel nicht an einen anderen Todesstern geht, der uns sogar noch näher ist. Betai-Geuze liegt im 500 Lichtjahre entfernten Sternbild Orion und steht fast am Ende seiner nuklearen Brennstoffreserven. Betai-Geuze ist etwa 20 Mal so groß wie die Sonne. Er wird innerhalb der nächsten 500.000 Jahre explodieren. In den letzten Jahrzehnten konnte man bei Betai-Geuze starke Veränderungen beobachten. Er ist um ungefähr 15 Prozent geschrumpft. Es ist nicht klar, was dies zu bedeuten hat. Aber wir behalten ihn im Auge. Einige Wissenschaftler vermuten, dass Betai-Geuze einen Gammastrahlenblitz auslösen wird. Wir haben jedoch nichts zu befürchten. Wie bei Ita Carina weist die Achse des Sterns nicht in unsere Richtung. Zudem hat Betai-Geuze einen integrierten Schutzschild. Die Explosion wird relativ normal sein. Wegen der dicken Wasserstoffschicht wird es keinen Gammastrahlenblitz geben. Diese Schicht wird wahrscheinlich verhindern, dass ein Partikeljet und Strahlung austreten. Der Widerstand durch die Materie ist ziemlich groß. Betai-Geuze wird kurz, intensiv auslösen. Aufleuchten. Aber sein Ende wird nicht so spektakulär wie das unserer Sonne sein. Durchschnittliche Sterne sind Gott sei Dank langlebig. Die Sonne hat momentan etwas mehr als die Hälfte ihres Lebens hinter sich. Wir bleiben noch ungefähr viereinhalb Milliarden Jahre. Wissenschaftler schätzen, dass die Sonne noch circa weitere fünf Milliarden Jahre scheinen wird. Die Lage wird jedoch schon früher kritisch. Unsere Sonne wird immer heller und mächtiger. Innerhalb von einer halben oder einer Milliarde Jahren wird es auf der Erde so heiß werden, dass die Ozeane verdampfen. Uns bleiben also nicht vier oder fünf Milliarden Jahre, um eine Lösung zu finden, sondern viel weniger. Milliarden Jahre nachdem die Sonne das Leben auf der Erde vernichtet hat, wird sie in ihre letzte Phase als roter Riese eintreten. Da die Sonne nicht massiv genug ist, wird es keine Explosion und somit keine Supernova geben. Die meisten Wissenschaftler sind sich jedoch einig, dass die Dichte der Sonne als roter Riese geringer und ihr Volumen größer werden wird. Dabei wird sie ihre nächstgelegenen Nachbarn verschlingen. In der letzten Phase wird sich die Sonne wahrscheinlich ausdehnen und sich den Merkur, die Venus und vielleicht auch die Erde einverleiben. Das wäre unser Ende. Von all den gefährlichen Todessternen im Universum wird uns wahrscheinlich unsere eigene Sonne zerstören. Dies wäre zwar unser Ende, aber auch wieder ein Anfang. Todessterne bringen den Tod, sind aber auch der Ursprung des Lebens. Die schweren Elemente in unserem Körper stammen von früheren Sterngenerationen. Sie wurden bei stellaren Explosionen in den Kosmos gejagt. Wenn einige Sterne also nicht explodieren würden, gäbe es uns heute nicht. Schon der Astronom Carl Sagan hat gesagt, wir sind aus Sternenstaub. Es wird weiterhin Explosionen geben, bei denen schwere Elemente ausgesandt werden, die eines Tages vielleicht weit weg von unserer Milchstraße Leben spenden. Auf einem neuen blauen Planeten, irgendwo im Universum. Wenn ein massiver Stern in einer Supernova explodiert, dann bildet sein Kern beim Kollaps manchmal ein schwarzes Loch. Viel öfter kommt es aber vor, dass der Kern dafür nicht massiv genug ist und ein Neutronenstern entsteht. Ein kleiner, aber unglaublich dichter Himmelskörper. Auf kleinem Raum ist unglaublich viel Materie komprimiert. Die Masse unserer Sonne könnte zum Beispiel in einer Kugel mit nur einigen zehn Kilometern Durchmesser konzentriert sein. Die Schwerkraft ist so groß, dass die Protonen und Elektronen im Inneren der Atome zusammengedrückt werden und Neutronen bilden. Ein Neutronenstern kann über Milliarden Jahre hinweg stabil bleiben. Neutronensterne selbst stellen keine Gefahr für ihre Nachbarn dar. Es sei denn, sie finden einen Partner. Bei einem weiteren Todesszenario schmieden zwei Neutronensterne einen Selbstmordpakt. Diese werden sich umkreisende Neutronensterne genannt. Ein Phänomen, bei dem sie eine intime, aber verhängnisvolle Verbindung eingehen. Sie nähern sich über Millionen Jahre hinweg gegenseitig an, bis sie sich schließlich in einem Lichtblitz vereinigen. Dabei entsteht eine gewaltige Explosion und eine Art neues Leben, wenn man so will. Es gibt zwei Arten von Gammastrahlenblitzen. Die kurzen dauern weniger als zwei Sekunden. Deren Ursache ist unserer Meinung nach die Vereinigung von Neutronensternen. Die kurzen Blitze unterscheiden sich von den längeren, die beim Kollaps von Sternen entstehen. Der Gammastrahlenblitz zweier kollidierender Neutronensterne ist zwar kurz, aber folgenreich. Die freigesetzte Energie entspricht der unserer Sonne seit ihrer Existenz. Sollten wir deswegen besorgt sein? Es gibt mindestens zwei Dutzend Paare sich umkreisender Neutronensterne in unserer Milchstraße. Ein Gammastrahlenblitz aus geringer Entfernung würde fast die ganze Ozonschicht zerstören, was fatale Folgen für die Erde hätte. Einigen Schätzungen zufolge ereignet sich eine solch gewaltige Neutronensternvereinigung alle 100 Millionen Jahre im Umkreis von etwa 3000 Lichtjahren von der Sonne. Wir sprechen hier vom gleichen Intervall, in dem auf der Erde ein Massenaussterben erfolgte. Ist es Zufall oder sollten wir uns Sorgen machen, dass irgendwann unsere Ozonschicht durch tödliche Gammastrahlen zerstört wird? Die Wissenschaft hat keine Antwort darauf. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber das Szenario ist trotzdem furchteinflößend. Genauso wie die Möglichkeit, dass sich ein Hyperschnellläufer in die Erde bohrt. Es besteht die Möglichkeit, dass aus einer Ansammlung untereinander agierender Sterne einer ausbricht und davonschießt. Soweit wir wissen, nimmt keiner dieser Sterne Kurs auf die Erde. Es wäre jedoch eine interessante Vorstellung. Ein mögliches Szenario wäre, dass ein wandernder Stern die Erde aus ihrer Umlaufbahn um die Sonne stößt. Ein Horrorszenario wäre, dass die Erde durch einen Stern einfach aus unserem Sonnensystem geschossen wird. Dann würde uns die Sonne als Energiequelle fegen. Niemand weiß genau, was passieren würde. Es hängt vom Einschlagswinkel ab, der Masse des Sterns und so weiter. Wandernde Sterne sind bis zu 348.000 Kilometer pro Stunde schnell. Das ist aber nicht schnell genug, um die Schwerkraft der Milchstraße zu überwinden. Einige stark geladene Sterne könnten jedoch tatsächlich ausbrechen und durchs Universum schießen. Man nennt sie Hyperschnellläufer. Hyperschnellläufer schießen mit mehr als zwei Millionen Kilometern pro Stunde durch die Galaxie. Dadurch können sie die Milchstraße verlassen. Der Geschwindigkeitsrausch beginnt bei zwei sich umkreisenden Sternen, die einem schwarzen Loch zu nahe kommen. Ebenso wie das Kommandomodul von Apollo 13 einen Schub erhielt, als es der Umlaufbahn des Mondes zu nahe kam. So schleudert das schwarze Loch den Hyperschnellläufer weg und trennt ihn somit von seinem Partner. Der Stern, der dem schwarzen Loch am nächsten kommt, verliert aufgrund einer sehr kleinen Umlaufbahn seine Energie. Der andere Stern hingegen nimmt Energie auf. Man kann einen Hyperschnellläufer mit dem Stein in einer Schleuder vergleichen. Sobald er die Umlaufbahn verlässt, wird er mit unglaublicher Kraft in die Tiefen des Alls geschickt. Sie haben die Milchstraße verlassen und driften nun durch die Leere des Weltraums. Es ist unwahrscheinlich, dass uns ein solcher Stern jemals trifft. Glücklicherweise werden diese superschnellen Sterne nicht in der Nähe unseres Sonnensystems sterben. Die Todessterne in unserer Umgebung dürfen wir dagegen nicht aus den Augen lassen. Bei ihrer Vernichtung säßen wir in der ersten Reihe. In den dunklen Ecken des Universums warten zahlreiche Sterne auf ihr spektakuläres Ende. Nur etwa 20 Lichtjahre von der Erde entfernt, gibt es viele Sterne, für die die Zeit bald abgelaufen ist. Eine normale Supernova kann uns nichts anhaben. Ein Gamma-Stahlenblitz aber schon. Ein sehr massereicher Stern ist Ita Carina. Er ist etwa 100 Mal größer und 100 Millionen Mal heller als die Sonne. 1843 gab es aufgrund von Überdruck eine große Eruption, deren Lichtstrahl man von der Erde aus sehen konnte. Der Stern überlebte jedoch und es entstand der Homunculus-Nebel. Im Star Wars-Universum ist der Todesstern die ultimative Massenvernichtungswaffe, die ganze Planeten auslöschen kann. In unserem Universum wimmelt es nur so von Todessternen. Sie sind eine Art Zeitbombe. Einige sind unserem Planeten gefährlich nahe. Die Erde könnte großen Schaden nehmen, wenn uns die Strahlung erreicht. Und ein Stern hat die Erde im Fadenkreuz. Überwältigend. Ich konnte es anfangs gar nicht glauben. Diese Todessterne machen das Universum zu einem sehr gefährlichen Ort. Tausende Lichtjahre von der Erde entfernt steht ein gigantischer Stern kurz vor seiner Selbstzerstörung. Im Universum explodieren täglich Sterne. Dieser ist jedoch anders. Er lauert im Sternbild des Schützen, dem südlichsten Tierkreiszeichen. Der Stern heißt WR104. Mit seiner zerstörerischen Strahlung könnte er unseren verwundbaren blauen Planeten treffen. Und dabei die Schützen der Ozonschicht vernichten. Dies hätte einen drastischen Klimawandel. Das Aussterben vieler Pflanzen und Tierarten. Und vielleicht das Ende der Menschheit zur Folge. WR104 ist nur einer von Millionen Todessternen im Universum. Diese gewaltigen Himmelskörper sind alternde Riesen, die sich durch eine Explosion selbst vernichten. An diesem Punkt wird der Stern nicht mehr von seiner äußeren Hülle zusammengehalten, weshalb er plötzlich kollabiert. Ihr letzter Atemzug kann die in unserem Universum größte bekannte Explosion verursachen. Einen Gamma-Strahlenblitz. Der weit mehr Energie freisetzt, als unsere Sonne in ihrem Bestehen von mehr als 10 Milliarden Jahren. Falls die Erde in der Schusslinie läge, könnte dies tödliche Folgen haben. Dieses Szenario könnte sich beim Todesstern WR104 ereignen. In der Star Wars-Reihe ist der Todesstern die ultimative Waffe der dunklen Seite. Das ist pure Fiktion. Die Realität ist jedoch viel schlimmer. In Wahrheit ist ein Todesstern ein explodierender Stern, der Planeten in seiner Umgebung durch tödliche Strahlung zerstört. Ein wahrer Todesstern. WR104 ist ein sogenannter Wolf-Rayet-Stern. Es sind die größten Sterne des Universums. Gigantische Riesen, die 30 Mal größer als unsere Sonne sind und die Erde bedrohen. Sie wurden 1867 von den französischen Astronomen Charles Wolf und Georges Rayet entdeckt und sind die schwarzen Schafe des Universums. Sterne leben nach dem Credo, lebe kurz, stirb jung, und zwar mit einem grandiosen Abgang. Je größer sie sind, desto kürzer existieren sie. Und je kürzer sie existieren, desto gewaltiger ist ihr Ende. Sie verbrennen ihren nuklearen Brennstoff sehr schnell. Ihre Lebensdauer ist also relativ kurz, maximal einige zehn Millionen Jahre. Man kann sie sehr leicht finden, weil sie die Giganten des Sternensystems sind. Im Jahr 2000 beginnt der australische Astronom Peter Tuthill mit der Untersuchung des Wolf-Rayet-104, der ca. 8000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Dieser Riese unterscheidet sich von all den anderen Sternen. Tuthills Team bemerkte sofort eine immense Staubwolke um den Stern, die 20 Mal größer als unser ganzes Sonnensystem ist. Wir fragten uns, warum Wolf-Rayet-104 von Staub umgeben war. Es ist fast so, als würde man eine Schneeflocke in der Hölle finden. Diesem Rätsel wollten wir auf den Grund gehen. Über sechs Jahre hinweg erstellte Tuthill mithilfe einer Infrarot-Kamera aus vielen Einzelaufnahmen ein Gesamtbild. Bald zeigte sich ein außergewöhnliches Phänomen. Die Staubwolke des WR-104 hatte eine Spiralstruktur. Es war erstaunlich. Ich glaubte immer, dass Sterne nicht spiralenförmig aussehen. Wir wollten natürlich umgehend herausfinden, wie solch ein eleganter Schweif bei einem Stern entstehen kann. Tuthill fand heraus, dass die Ursache für die rätselhafte Staubspirale darin liegt, dass WR-104 nicht allein ist. Er bildet zusammen mit einem kleineren Begleiter ein sogenanntes Doppelsternsystem. Beide Sterne stoßen Unmengen geladener Partikel aus, die man Sternwinde nennt. Diese Winde sind im Universum nichts Ungewöhnliches. Unsere Sonne erzeugt auch einen Sonnenwind, der sich über die äußeren Planeten unseres Sonnensystems hinaus erstreckt. Der Unterschied zu einem Doppelsternsystem ist, dass bei der Kollision der Sternwinde Gase zu Staub und Ruß komprimiert werden. Wieso aber bildet der Staub eine so außergewöhnliche Spirale? Mit einem Rasensprenger kann man wunderbar nachstellen, was bei der Kollision der Windsysteme passiert. Wir haben den Sprenger so modifiziert, dass er nur einen Strahl abgibt. Der einzelne Wasserstrahl stellt den konstanten Fluss von Staubpartikeln infolge der kollidierenden Sternwinde dar. Da sich die Sterne des WR-104-Systems aber in konstanter Umlaufbahn umeinander befinden, kommt noch eine Kreisbewegung zum Staubstrom hinzu. Man denkt zuerst, dass sich das Wasser im Kreis bewegt. Der Wasserstrahl kommt jedoch in einer geraden Linie heraus. Obwohl die Tropfen von der Mitte gerade weggehen, beschreiben sie einen Bogen, der aufgrund der Rotation zu einer Spirale wird. Die Spirale warf noch weitere Fragen auf. Würde der WR-104 zum Todesstern werden? Wolf-Ray-Sterne sind wie Zeitbomben, da sie riesig und relativ kurzlebig sind. Sobald sie all ihren nuklearen Brennstoff verbrannt haben, halten sie der unnachgiebigen Schwerkraft nicht mehr stand. An diesem Punkt kollabiert der Kern des Sterns und die äußeren Schichten fallen in sich zusammen, worauf eine gewaltige Explosion folgt. Die Explosion erzeugt eine Supernova, ein Aufleuchten, das für einen kurzen Moment eine ganze Galaxie erhält. Wolf-Ray-104 wird irgendwann in den nächsten 100.000 Jahren eine Supernova verursachen. Die Explosion in 8000 Lichtjahren Entfernung stellt für die Erde keine Gefahr dar. Es ist jedoch möglich, dass die Supernova die gewaltigste Urkraft des Universums auslöst, einen Gammastrahlenblitz. Gammastrahlenblitze entstehen dann, wenn sich ein sterbender Stern in ein schwarzes Loch verwandelt. Wenn ein Stern kollabiert, entsteht ein massives elektrisches Feld. Die Energie dieses Feldes wird sofort in Materie- und Antimateriepartikel umgewandelt. Wenn diese aufeinandertreffen, wird extrem viel Energie freigesetzt. Sie sind die stärksten Energiestrahlen des elektromagnetischen Spektrums. Tödlicher als Mikrowellen, Infrarotstrahlung und sogar als Röntgenstrahlen. Der Mensch hat gelernt, die tödlichen Gammastrahlen zu nutzen. Zum Beispiel für die Lebensmittelbestrahlung. Durch Gammastrahlen können bei der Lebensmittelverarbeitung Mikroorganismen, Bakterien, Viren und Insekten abgetötet werden. Die Strahlung ist jedoch im Vergleich zu einem Gammastrahlenblitz. Minimal. Gammastrahlenblitze erzeugen unglaublich viel Strahlung. Auf der Erde würden sie der Zündung mehrerer Atombomben entsprechen. Dies würde verheerende Folgen für das Leben auf der Erde haben. Für die Menschheit ist es entscheidend, ob die Erde in der Schusslinie der Gammastrahlen liegt. Beim Zusammenbruch wird der Stern zu einer dichten, flachen Scheibe, wobei die Rotationspole die einzigen Öffnungen sind, die frei von dichter Sternenmaterie sind. Die Bereiche um die beiden Pole sind nicht sehr verdichtet, weshalb an diesen Stellen Materie austreten kann. Der Widerstand ist dort relativ gering. Mit diesem Joghurtbecher kann man gut demonstrieren, was bei einem Gammastrahlenblitz passiert. Ich lasse den Becher fallen, wobei seitlich nichts austreten kann. Oben ist der Becher aber offen, weshalb Joghurt nach oben spritzen wird. Sehen Sie es sich an. Der Joghurt spritzte gerade nach oben. Seitlich konnte er wegen des Plastiks nicht austreten. So ist auch der Ablauf bei einem Gammastrahlenblitz. Doch in welche Richtung werden die Gammastrahlen gehen? Falls die Achse des kollabierenden Sterns in unsere Richtung deutet, könnte dies katastrophal enden. Als Peter Tattels Team die Bahnebene des Staubschweiß von WR 104 untersuchte, machten sie eine erschreckende Entdeckung. Die Spirale war der Schlüssel. Auf den ersten Blick sah das System wie eine Ebene aus. Wir schauten direkt an der Achse entlang ins Zentrum. Es ist, als würde man auf einen Teller schauen. Sobald man den Teller aber leicht kippt, ist es keine kreisrunde Fläche mehr. Weitere Untersuchungen lassen vermuten, dass die Rotationsachse des Staubschweifes mit der des Wolf-Rayet-Sterns übereinzustimmen scheint. Dies bedeutet, dass der Gewehrlauf direkt auf die Erde gerichtet ist. Falls dieser Stern bei seiner Explosion also einen Gammastrahlenblitz imitieren sollte, deutet ein Pol genau auf uns. Die faszinierende Spirale von Wolf-Rayet 104 zeigt plötzlich ihre gefährliche Seite. Ungefähr 8000 Lichtjahre von der Erde entfernt bewegen sich zwei Sterne nebeneinander durch das Universum. Ihre Sternwinde sorgen für eine gewaltige spiralenförmige Staubwolke. Das ist allerdings noch nicht alles. Der größere der beiden, Wolf-Rayet 104, ist ein riesiger Todesstern, der kurz vor einer Explosion als Supernova steht. Doch wird auch ein Gammastrahlenblitz folgen, bei dem unglaublich viel Energie freigesetzt wird? Diese Frage beunruhigt die Menschheit. Bei einer Explosion wären wir direkt in der Schusslinie der Gammastrahlen. Der Countdown für die Zerstörung von WR 104 im Sternwild Schütze läuft. Das Sternbild erhielt seinen Namen vor mehr als 2000 Jahren von römischen Astrologen. Man muss sich fragen, ob die Gelehrten damals vielleicht schon etwas ahnden. Zielt der Schütze auf uns? WR 104 zielt tatsächlich auf uns, falls es zu einem Gammastrahlenblitz kommt. In der Astronomie ist es unumstritten, dass gebündelte Gammastrahlen im Weltraum weite Wege zurücklegen können. Am 23. April 2009 zeichnet der die Erde umkreisende Forschungssatellit SWIFT einen Gammastrahlenblitz auf, der 13 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt, am Rande des sichtbaren Universums seinen Ursprung hatte. Der Blitz ereignete sich nur 640 Millionen Jahre nach dem... Sie sehen, dass schwarze Löcher komische Dinge tun, aber nur wenige imitieren diese gewaltigen Partikeljets. Und eine noch kleinere Zahl wie die Todesstern-Galaxie 3C321 beschießt Nachbargalaxien. Das ist äußerst selten. Die Nachbargalaxie befindet sich in 20.000 Lichtjahren Entfernung. Der starke Energiestrahl, der sogar den Gammastrahlenblitz eines sterbenden Sterns übertrifft, feuert ununterbrochen mit scheinbar endlosen Energiereserven. Wir versuchen hier nachzustellen, was die Todesstern-Galaxie 3C321 macht. Ein Jet schießt mit Lichtgeschwindigkeit aus dem schwarzen Loch und würde wohl auch seinen Weg fortsetzen, wenn da nicht die Nachbargalaxie wäre, in die der Jet einschlägt. Der Jet wird dadurch also gestört und ungelenkt, was in der Nachbargalaxie enormen Schaden anrichtet. Genauso wie das Wasser vom Gebäude zurückprallt, werfen auch die Planeten und Sterne der angegriffenen Galaxie den Großteil der Partikel zurück. Dieser Jet ist ein massiver Energie- und Partikelstrahl, wobei die Partikel durch die starke Erhitzung Plasma bilden. Plasma ist eine Mischung aus Elektronen und Ionen, die durch das starke magnetische Feld des schwarzen Lochs in den Jet gezogen werden. Jets aus schwarzen Löchern sind unglaublich energiereich und können Partikel so stark beschleunigen, dass sie Licht ausstrahlen, vielleicht sogar Gammastrahlen. Und sie sind sehr langlebig. Einigen Schätzungen zufolge ist der Energiejet der Todesstern-Galaxie schon seit fast zwei Millionen Jahren aktiv. Für ihren Brennstoff hat 3C321 eine ganze Galaxie verschlungen. Sie hat sehr viel Brennstoff. Wir vermuten, dass vor langer Zeit einmal eine Galaxie in die Hauptgalaxie gefallen ist. Wir sehen diesen schönen Staubschweif, der darauf hindeutet, dass die Galaxie bereits gestreift worden ist und deshalb in das schwarze Loch gezogen wurde. Nach der Aufnahme der Plasma-Partikel einer anderen Galaxie muss die Todesstern-Galaxie aus den Partikeln einen Jet formen. Schwarze Löcher haben starke Magnetfelder und sehr hohe Rotationsfrequenzen. Eine Kombination, die den Partikeljet erzeugt. Wissenschaftler vermuten, dass die das schwarze Loch umkreisenden Staubpartikel und Gase dafür sorgen, dass der Jet in eine Richtung feuert. Bei aktiven Galaxien wie der 3C321 ist das schwarze Loch in der Mitte oft durch einen Ring aus Materie umgeben, wie bei diesem Donut. In diesem Fall können die hochenergetischen Partikel nicht entlang der Oberfläche der Galaxie austreten. Sie können sich nur entlang der Achse bewegen. Dort ist der Widerstand relativ gering. Die Nachbargalaxie befindet sich unglücklicherweise direkt in der Schusslinie des Jets, den man mit einer kosmischen Schrotflinte vergleichen kann. Das Problem bei diesem Jet ist, dass die extrem schnellen Strahlenpartikel, die 20.000 Lichtjahre entfernte Galaxie, auf breiter Front treffen. Falls es also Lebewesen auf den Planeten geben sollte, die wiederum Sterne in dieser Galaxie umkreisen, dann haben diese ein ernstes Problem. Was wäre, wenn unsere eigene Milchstraße unter Beschuss einer Todesstern-Galaxie stünde? Wenn die Erde in der Schussbahn des Jets läge, wären die Folgen für die Ozonschicht enorm. Und tödlich. Die Gamma-Strahlen des Jets verwandeln gasförmiges Stickstoffgas ins Stickstoffoxide, die bei der Zerstörung von Ozon als Katalysator wirken. Innerhalb von Wochen oder Monaten gäbe es die Ozonschicht nicht mehr, was furchtbar wäre. Hier können wir jedoch eines von vielen Paradoxa im Universum beobachten. Der Tod bringt neues Leben. 3C-321 ist nicht nur ein Zerstörer, sondern auch ein Lebensspender. Diese Tatsache gefällt mir an 3C-321, da sie beweist, dass schwarze Löcher nicht nur alles verschlingen und zerstören. Der Jet schießt in die Seite der Nachbargalaxie und hat natürlich eine vernichtende Kraft. Aus den Gaswolken, die dabei komprimiert werden, können jedoch Sterne entstehen. Und aus den Sternen Planeten und aus den Planeten leben. Folglich können wir bei schwarzen Löchern im Universum einen Kreislauf des Lebens beobachten. Eines Tages könnte vielleicht aus der Verbindung unserer Milchstraße mit der benachbarten Andromeda-Galaxie eine neue Todesstern-Galaxie hervorgehen. Dieses monumentale Ereignis würde das Ende der Erde bedeuten. Es steht in den Sternen, ob das jemals passieren wird. Es gibt aber auch noch andere Objekte, die durch unsere Galaxie schießen. Hyperschnellläufer, die niemand aufhalten kann. Für das menschliche Auge scheinen Sterne ruhige Himmelskörper zu sein. Wenn man aber genauer hinsieht, erkennt man auch einige wenige Todessterne, in denen es bedrohlich brodelt. Irgendwann ist der Wasserstoff im Kern eines Sterns verbrannt und es bleibt nur noch Helium. Dann wird das Helium entzündet und in schwerere Elemente wie Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff umgewandelt. Dabei wird sehr viel Energie freigesetzt. Dieser Prozess findet auch im Inneren einer Wasserstoffbombe statt. Die meisten dieser Sterne brennen irgendwann aus und werden im stellaren Jenseits zu sogenannten weißen Zwergen. Diese kleinen Kugeln aus Elektronen und Nuklei werden nie wieder hell leuchten. Einige Sterne sind aber auch so energiereich, dass sie ihr Ende in einer fantastischen Supernova-Explosion finden, die wiederum einen gewaltigen Gammastrahlenblitz nach sich ziehen kann. Für einige massive Todessterne ist das Ende gleichzeitig ein Neuanfang. Man nehme nur das zweite Leben eines Neutronenschurknall. Das bedeutet, dass Gammastrahlen von einem explodierenden Stern 13 Milliarden Lichtjahre zurückgelegt haben, bevor wir sie sehen konnten. Folglich stammt dieser Gammastrahlenblitz vom ältesten Objekt im uns bekannten Universum. Wir kennen keinen anderen Stern oder eine Galaxie, die weiter entfernt sind als dieser Gammastrahlenblitz. Bei einem Abstand von nur 8000 Lichtjahren könnte ein Gammablitz des Wolf-Rayet 104 fatale Folgen haben. Der Lichtblitz, den wir bei der Explosion von WR-104 sehen würden, wäre wegen der Gammastrahlen viel heller als die Sonne. Ein einziger Gammastrahlenblitz übertrifft problemlos die Lichtintensität von Millionen Galaxien. In jeder dieser Galaxien gibt es dabei 100 Milliarden Sterne. Der Todesstern ist eine tickende Zeitbombe. Die Wissenschaftler sind sich sicher, dass es zu einer Supernova kommen wird. Nun bleibt noch die Frage, ob ein Gammastrahlenblitz die Erde bedrohen wird. Das müssen wir zuallererst herausfinden. Falls es einen Gammastrahlenblitz gibt, geht er in unsere Richtung? Die Spiralenachse des Sterns deutet direkt auf die Erde. Würde der Gammastrahlenblitz nach einer so langen Reise aber tatsächlich auch sein Ziel erreichen? Würde der Schütze ins Schwarze treffen? Wir wissen, dass die Achse ungefähr auf uns gerichtet ist. Es könnte aber auch sein, dass uns ein möglicher Gammastrahlenblitz verfehlen würde. Im schlimmsten Fall könnte ein mächtiger Energiestrahl jedoch die Ozonschicht der Erde in ein radioaktives Inferno verwandeln. Sogar ein derart weit entfernter Gammastrahl könnte die Ozonschicht zur Hälfte zerstören. Dadurch würden nicht alle Arten verschwinden, aber es könnte zu einem Massenaussterben kommen, bei dem viele Spezies plötzlich verenden würden. Die brennende Frage ist also, ob das Ende von WR-104 einen Gammastrahlenblitz auslösen wird. Die Wissenschaftler wissen es einfach nicht. Eine Grundvoraussetzung, dass ein tödlicher Gammastrahlenblitz entsteht, ist eine hochfrequente Rotation. Alle Sterne drehen sich um ihre Achse. Einige massive Sterne tun dies sehr schnell. Die Rotationsenergie ist eine Voraussetzung für einen Gammastrahlenblitz. Wenn man die Bremse ziehen und die Rotation des Sterns verlangsamen könnte, dann würde man die Bombe entschärfen. Die Wissenschaft hat bereits bewiesen, dass das Universum selbst die Sterne zu bremsen scheint. Dieses Phänomen wird Metallizität genannt. Sterne bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Bei der Explosion von Sternen entstehen jedoch stets aufs Neue, schwerere und komplexere Elemente, wie zum Beispiel Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff, welche anschließend die Basis für die nächste Generation von Sternen darstellen. Ein Stern, der heute entsteht, hat also schwerere Elemente, das heißt eine höhere Metallizität als einer, der vor langer Zeit entstand. Wenn ein massiver Stern aus vielen schweren Elementen besteht, verliert er aufgrund von Winden auch viel Masse. Daraus folgt eine langsamere Rotation, die für einen Gammastrahlenblitz nicht ausreicht. Irgendetwas da oben entschärft also die Wolf-Rayet-Sterne. Sie explodieren zwar immer noch als Supernovae, aber nur eine geringe Anzahl nimmt die Hürde zu einem Gammastrahlenblitz. Wird WR104 so stark abgebremst, dass er der Erde nichts mehr anhaben kann? Viele Astronomen bestätigen diese Theorie. Was aber, wenn sie falsch liegen? Befindet sich die Erde in 8000 Lichtjahren Entfernung wirklich in der Gefahrenzone? Wenn der Todesstern WR104 explodiert, kann er einen tödlichen Gammastrahl direkt auf die Erde richten. Man weiß, dass der Stern ungefähr 8000 Lichtjahre von uns entfernt ist. Kann ein Gammastrahlenblitz aus dieser Entfernung unserem Planeten schaden? Wir befinden uns definitiv in der Gefahrenzone. Die Erde könnte großen Schaden nehmen, wenn uns die Strahlung erreicht. Wenn der Abstand 2- oder 3-mal so groß wäre, wären wir wohl in Sicherheit. Umgekehrt wäre alles zu spät. Es könnte etwas passieren, wohl aber nichts Gravierendes. Es gibt vielleicht einmal in einer Milliarde Jahren einen Gammastrahlenblitz, der uns Sorgen bereitet. Todessterne verschiedener Größen sind überall im Universum verteilt. Nicht nur Sterne haben jedoch eine immense Zerstörungskraft. Auch tödliche Galaxien, wie die sogenannte Todesstern-Galaxie 3C321, haben einen Platz im Universum. 3C321 ist eine Galaxie mit einem riesigen schwarzen Loch in der Mitte, deren Masse, die unsere Sonne um ein Millionenfaches übersteigt. Direkt am Rand des schwarzen Lochs liegt inmitten eines Chaos aus magnetischen Feldern und Schwerkraft der Ursprung eines hochenergetischen Partikeljets. Derartige Jets sind nichts Ungewöhnliches, aber dieser schießt direkt auf seinen Nachbarn. Der Fall 3C321 ist sehr interessant, weil sich nur 20.000 Lichtjahre entfernt eine weitere Galaxie befindet. Die Sterne dieser Galaxie werden durch energetische Partikel und die Strahlung des Jets zerstört. Der Röntgenastronom Dan Evans hat die Todesstern-Galaxie und ihr brutales Verhalten mithilfe des Röntgenteleskops Chandra beobachtet, das außerhalb von Boston steht.